Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Gems of War. Genau, falsch. Servus und hallo zu Star Trek Wrath of Gems. Das ist ein Free-to-Play-Handyspiel. Und ich habe kürzlich mal damit angefangen, mir anzuschauen, wie ich denn vom Tablet was aufnehmen kann. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit dem DU-Recorder, den ich da gerade verwende. Und bin auf Wrath of Gems gestoßen. Dann kam aber leider einen Tag später, nachdem ich es circa angefangen habe zum Spielen, kam da die Nachricht, das Spiel wird eingestampft, es wird nicht fortgeführt. Was ich schade finde, denn ich finde es eigentlich ganz witzig zum Nehmen bei Spielen. Und ich dachte mir, ich zeige es euch auf jeden Fall noch, bevor es eingestampft wird. Konnte jetzt aber kein genaues Datum finden, wann es eingestampft wird. Aber ich glaube im Oktober noch. Der Shop ist auf jeden Fall schon offline. Desto trotz, ich mag es euch einfach herzeigen, damit das für die Ewigkeit festgehalten ist. Es ist von Genera und CBS Interactive, hat auch die Rechte hergegeben. Kommt von 2015 in etwa. Habe aber gesehen, so ab 2017 hat es dann ein bisschen aufgehört. Punkto den News und so weiter. Events, da ist schon nichts mehr drinnen. Aber wir schauen uns gleich mal an, was das denn ist. Indem wir da auf Story klicken. Dann kann man da auswählen zwischen TOS und TNG. Man startet, indem man sich aussucht, mit welchen von beiden man anfangen möchte. Ich habe TNG angefangen und TOS kam dann dazu. Gut, hier habe ich alles soweit mal gemacht. Eine Strategie Festleger. Super Übersetzung. Aber da spielen wir mal. Es gibt verschiedene Spielmodi. Und das hat im Grunde damit zu tun, es ist im Grunde so ein Farben-Zusammenfüg-Spiel. Und wenn man Farbkombinationen zusammenfügt, dann hat man eine größere Chance, dass man gewinnt. Man hat hier verschiedene Figuren. Ich kann euch das ja alles später noch zeigen. Aber mal, dass wir mal ein Spiel starten. Es gibt verschiedene Spielmodi. Und dieses Farben-Zusammenfüge-Ding kann man sich so circa vorstellen wie Tetris damals eigentlich. Nur war das damals mit Formen. Und das haben sie jetzt so ein bisschen umgeändert, das Prinzip. Die Intros hier sind so wie ein Comic eigentlich aufgedröselt. Ganz stimmungsvoll gemacht. Leider nur auf Englisch. Die Übersetzung ist aber zum Teil vorhanden bei den Intros halt jetzt eben nicht. Und ich nehme das Ganze im Querformat auf, weil das Spiel geht auch nur im Querformat. Und werde dann schauen, wie ich das Ganze am Computer dann bearbeiten kann. Ich muss auch schauen, dass die Folgen nicht allzu lange werden. Denn ich nehme das hier alles am Tablet auf und da habe ich nicht so viel Speicherplatz. Außerdem weiß ich auch noch nicht, wie gut die Videos denn so werden im Endeffekt. So, wir haben hier zum Beispiel einen Spielmodi. Ich spiele ihn hier, den Taldolus. Und der kämpft gegen einen Gegner. Grün und Rot. Also Grün auf der linken Seite bedeutet, diese Kombinationen muss ich schaffen. Und Rot auf der Gegenseite heißt, das sollte ich dann eher vermeiden zu kombinieren. Unten wird mir auch schon angezeigt, so quasi ein Tipp, was ich dann verwenden kann. Was ich miteinander kombinieren könnte, damit ich weitermachen kann. Es gibt ein paar Kombinationen, das meiste ist aber eigentlich, was ich so sehe, lila. Ja, blau wird es auch dagegen, ja, das ist dann noch besser. Kombinieren wir mal das blaue. Ist nicht ganz so zuträglich mit der Aufnahme, was ich sehe. Leider, leider. Aber es ist ein witziges Spielprinzip. So, wir sehen jetzt nicht vielleicht im Grünen. Wenn ich jetzt ein Lidernes nochmal kombinieren würde, dann würde ich negative Punkte kriegen. Beim Weißen genauso. Dieses Orangene ist gerade quasi neutral. Also das könnte ich jetzt kombinieren, wenn ich nichts von meinen Farben habe. Wenn ich kein Gelb, Rot oder Blau habe. In dem Fall sehe ich keine Kombination, deswegen machen wir einfach mal das Orangene. Hat mir quasi nichts gekostet. Nur, dass ich jetzt wieder mehr Chancen habe, meine Farben zu kombinieren. In der Theorie praktisch sehe ich gerade nur Weiße, die sich kombinieren lassen. Ja, dann kombinieren wir mal Weiße, dann seht ihr auch da, wie es denn gehen kann. Und dass man dann auch ins Negative kann, wenn man das nicht richtig kombiniert. So, jetzt schlägt er mir vor, schon wieder diese Orangenen zu kombinieren. Das wäre eigentlich viel geiler. Da finde ich viel mehr Kombinationen. No. No. Das hat doch mal ganz gut geklappt, die Kombinationen. Dann haben wir da sehr viele Blaue. Ich muss mal gucken. Ich möchte mich nicht so viel zerstören. Ja, das sieht gut aus. Ich habe da nämlich ein paar Blauen Möglichkeiten gerade, habe ich gesehen. Schöne Sache. Gelb finden wir auch noch. Jetzt war Lila auch noch kurz dabei, aber das ist im Moment eh sowieso neutral. Das heißt, wir... Na gut, ja, dann könnte ich Lila noch einmal machen. Ne, Blau. Blau einfach. Und sobald ich in diesen strichlierten Bereich bin, habe ich gewonnen. Tada. Ja, und für den Sieg gibt es einen Level 1 Striker, eine neue Karte und 40 die Lithium. Die Lithium kann ich dann verwenden, um Sachen zu bauen. Es gibt einen Tagespreis, 25 Münzen und am nächsten Tag würde es zum Beispiel eine Enterprise geben. Fürs tägliche Spielen. Ja, jetzt kommt wieder der Text. Ich lasse den einfach mal schnell durchspielen. Vom Sound her verwende ich wieder mein Plantronics Rig. Das ist nicht das geäßte Headset, aber es funktioniert mit Mobile. Und das war das einzige Headset, was mit Mobile funktioniert. Von dem her müssen wir da jetzt damit leben. Es gibt drei verschiedene Spielmodi. Das eine haben wir gerade schon gesehen. Das ist so der... Ja, fast eigentlich das einfachste und gemütlichste, weil da kämpft man nur alleine. Da hat der Gegner nichts zu melden. Dann gibt es noch andere Spielmodi. Ich gucke gerade, was ich von denen noch nicht abgeschlossen habe. Vielleicht das hier. Temperamentvoller Klingonin. Da würde ich einen Laser kriegen, wenn ich gewinne. Und ich kämpfe gegen drei Klingonen. Könnte schon ein bisschen schwerer werden. Gleich am Anfang sucht man sich aus, welches Team man hat. Und dann kommt es auch wieder auf die Spezialfähigkeiten an. Gerade auch bei dem Modi. Ich werde mal heilen. Ich habe noch ausreichend von diesen Heilpacks dabei. Und mein Team ist auch ansonsten ganz gut geheilt. Wenn ich draufklicke, kriege ich eine Info, was denn meine Charaktere so können. Die sind zum Beispiel hier mit den roten Gems ganz gut dabei. Wenn ich rote kombiniere, machen die einfach mehr Schaden. Also eher in dem Fall bei den blauen nicht so viel. Und dann gibt es noch Spezial-Skills, Spezialfähigkeiten. Die man entweder mit Geld aufwerten kann. Oder indem man eine selbe Karte findet. Also indem ich noch so einen Child Dolls finde. Könnte ich da quasi noch die aufwerten. Genau, Raumschiffe, das betrifft uns dabei nicht. Dann habe ich noch den Worf mit dabei. Den habe ich schon viermal bekommen. Darum ist ein Skill auf Stufe 4. Rustai. Fügt dem ausgewählten Gegner einen Schaden von 83 zu. Und zerstört zwei Reihen und zwei Gebiete von 3x3. Es entstehen keine AP. Und dann haben wir noch als dritten mit den Prog, einen Cardassianer. Den habe ich schon fünfmal bekommen. Dürfte also ziemlich häufig sein. An sich von der Wertigkeit her, das ist ein Zwei-Sterne-Charakter. Mein einziger Zwei-Sterne-Charakter, der Tidolos. Die anderen sind alles so Ein-Sterne-Dudes. Und dann habe ich noch Troy, Laforge und Picard mit dabei. Für mehr Crew-Platz muss man auch mehr zahlen. Das ist in etwa wie mit Star Trek Timelines oder wie in vielen anderen von diesen Mobile-Spielen. So. Das sind schöne TNG Season 1 Einblendungen. Als Riker noch keinen Part hatte und Worf auch noch sehr kindlich aussah. Schluck trinken. Und was ich hier verbisse, ist eine Zeit, dass ich sehe, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das wäre nämlich durchaus interessant. Ansonsten cutte ich dann einfach im Nachhinein die Folgen. Möchte euch halt eben die Spielmodi hier zeigen, dann noch die Charaktere. Dann machen wir vielleicht noch Packs auf, wenn wir welche kriegen. Ja, und hier kommt es jetzt zum Kampf. Ich gucke mir nochmal ganz kurz die Spezialfähigkeiten an. Tai-Dollos, der braucht weiße Steine, um das freizuschalten hier quasi seiner Fähigkeit. Da sehen wir es eh schon. Worf braucht rote und der Kadassianer braucht lila. Man sollte natürlich dann auch vermeiden, die vom Gegner freizuschalten. Aber das gelingt halt nicht immer, wenn man ja selber auch oft dieselben Farben hat. Also zum Beispiel hier er. Er hat eine rote und eine lila Fähigkeit. Und die haben wir auch. Also sobald wir es kombinieren, ist es auch für ihn besser. So, jetzt sucht man sich aus, wen man angreift. Ich greife mal den an mit den wenigsten Hitpoints. Und dann kombinieren wir das so weit, dass wir gleich mal zweimal angreifen können. Und unsere Leiste so ein bisschen füllen. Ich glaube, dass kein Sound dabei ist, den ich aufnehme. Das klappt leider nicht. Wenn ihr Infos habt, wie das geht, mobile-mäßig Sound aufzuzeichnen, dann bitte gerne in die Kommentare. Aber ja, das habe ich noch nicht hinbekommen. Ich muss sagen, vorher dachte ich mir, ach so ein Jam-Spiel ist eigentlich ziemlich doof. Aber es spielt sich echt ganz lustig nebenbei. Ich kann mal nebenbei ein bisschen am Handy rumdrücken. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Aber es ist echt ganz lustig eigentlich, wenn man Serien guckt, dass man nebenbei auch irgendwie was am Handy spielt. Und bisher, wenn irgendjemand das gesagt hat, ich gucke mir Serien jetzt nur nebenbei an und hauptsächlich und drücke nebenbei noch am Handy rum, dachte ich mir, da kann man sich überhaupt nicht konzentrieren drauf. Aber es ist ganz angenehm. Gerade wenn es jetzt ein paar langweiligere Szenen zum Beispiel sind in der Serie, dann passt das ganz gut mit dem Handyspiel. Und so ein Jam-Spiel, das ist jetzt nicht, da läuft jetzt die Zeit nicht mit. Sprich, man hat, man verliert nichts, wenn man jetzt beispielsweise mal eben eine halbe Stunde lang nicht spielt. Dann guckt man wieder aufs Handy und spielt wieder ein bisschen weiter. Ist echt ganz angenehm. Ich mache das jetzt eher gerade wahllos. Da, er macht die Spezialfähigkeit. Greift man einen Hop-Tude an. Zum Glück in den R.A.D. genug Lebenspunkte. Da ist so unser Tank quasi. Weiß, Rot und Lila. Sehr schön, Lila und Rot auch gleich. Jetzt haben wir gesehen, Worf. Bei dem hat sie es aufgefüllt, die Spezialanzeige. Wenn der Gegner bald mal fertig mit seiner 1000 Angriffen, kann ich euch das zeigen. Erster Klingon ist Down. Und jetzt Worf macht sein Ruhi Tai. Fügt deinem Gegner Schaden zu. Wieder in der Reihe, um sie zu zertören. Nehmen wir einfach mal die hier. Zack. Da kommt der Hammer. Ah Mist. Jetzt waren die roten Sachen auch dabei. Die wollte ich mir eigentlich schon ganz genau aufheben. Jeder greift mal an. Und der zweite Klingon ist Geschichte. Nummer 3. Boah. Joa. Nice. Oft weiß ich auch nicht genau, warum ich auf einmal so viel Schaden mache. Das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, den so extrem schnell fertig zu machen. Aber Victory. Sehr schön. Sieg. Es gibt einen Laser, was auch immer man mit dem machen kann. Und ein Dilithium. Raga, Worf. Ja, könnte sogar Season 2 sein. Wo das herkommt. Weil Worf hatte ja in der ersten Season, glaube ich, was Gelbes an. Alle Trackies werden mich jetzt steinigen. Wenn das falsch war. So, dann schauen wir uns noch den dritten Spielmodi an. Als Sieg gibt es hier. Ein Sieg, vier Siege. Wie sollten vier Siege klappen? Deine Siege drei. Okay. Naja, egal. Als nächstes gibt es Wortschar. Das ist ein anderes Schiff. Wir fliegen die Enterprise. Die Enterprise hat folgende Fähigkeiten. Auch das funktioniert eigentlich wie die Kämpfe mit den Personen. Denn die hat auch spezielle Fähigkeiten. Also hier machen mehr Schaden mit den roten und den grünen Gems. Die weißen sind, um zu heilen. Und die gelben, die machen einfach viel Damage. Und die Orangen in dem Fall auch. Also sind wir eigentlich ganz gut abgedeckt. Im Hangar hätte man noch die Wortschar. Aber die Enterprise ist cool. In dem Fall. Macht mehr Damage. Und die Vision of Level 11. So, hier. Fight. Der Klingon-Chip ist Targeting us. Genau. Die wollen uns jetzt ans Leder gehen. Die Klingonen. Und wir müssen das dann dem entgegenhalten. Mit unserer schicken Enterprise NCC-1701-D. Da wird es aufgefüllt. Die Schäfer begegnen sich face to face. Wir sehen die Lebensanzeige und die, also die Hüllenanzeige und die Schildanzeige von uns und vom Gegner. Und die Buttons hier, die quasi darstellen sollen, dass unsere Skills aufgefüllt sind. Ja. Also. Gelb und Orange hätte Vorrang. In dem Fall könnte ich aber eine Viererkombination auslösen. Aus Roten. Und das ist nicht verkehrt. Ja, ich habe euch schön aufs Fressbrett gegeben gerade. Ihr uns auch. Obfolge sind, dass grüne Kombination unmöglich gewesen wäre. Die ist jetzt weg. Aber unserer Spezialfähigkeit können wir einen Schritt näher bringen. Und der Gegner hat uns die Schilde runtergeballert. Die Sau. Dann kontern wir mal mit einer Gamespezialfähigkeit. Gibt übrigens welche, die schneller verfügbar sind als andere. Hier zum Beispiel das Orange. Da haben wir jetzt drei von sieben. Und beim Game haben wir jetzt drei von zwölf. Das heißt, da müssen wir zwölf kombinieren, damit wir das auslesen können. Und fügt aber dementsprechend auch viel mehr Womens hinzu. Und kann man viel mehr Schaden machen. Oh ja. Der Gegner hat was ganz Gutes gemacht. Der hat die Roten hier kombiniert. Spezialfähigkeiten. Los. Come on. Gelb, Orange. Ja, machen wir. Machen wir das Gelbe. Er hat sich wieder ein bisschen Schilde zugelegt. Ich werde mich mal eben heilen. Seht ihr auch gleich. Und danach, was machen wir jetzt? Das Lila wäre verfügbar. Sehe ich, was der Gegner kann. Dem ist Lila eigentlich egal. Lila dürfte ziemlich unnötig sein. Dann werde ich mich eher heilen. Oh, jetzt habe ich ihm das genau in die Karten gespielt, dass er die rote Kombi machen kann. Und die rote Kombi macht ultra viel Schaden. Ich war jetzt nicht so geil. Das war jetzt nicht so der Matchplan. Aber ich habe meine Spezialfähigkeit freigeschalten. Die Gelbe. Die viel Schaden macht. Also wenn ich das überlebe, gibt es aufs Maul. Da fliegt die Enterprise und BAM. Greift die Klingonen da richtig schön an. Grüne Fähigkeit. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Du hast da und da die voll geile Kombination übersehen. Noob. Was machen wir in dem Fall? Irgendwas muss doch möglich sein. Das hier? Machen wir notfalls das. Dem Gegner haben wir wieder das Grüne ermächtigt. Ermöglicht. Schade. Orange. Orange an der Skill freischalten. Damit könnte es zu Ende sein, wenn der Gegner uns nicht down kriegt. Oh, die Enterprise hat ordentlich gelitten. Und jetzt. Ja, knapp. Oh, ja, knapp. Oh, ist das knapp. Ich brauche eigentlich nur noch einen ganz leichten Damage. Und dann ist die Geschichte. Irgendwas Grünes, irgendwas Rotes. Ich sehe hier nichts. Lila wird uns mal wieder angeboten. Nur Lila. Na komm. Dann machen wir das. Oh, nein. Lass das. Lass das. Das tut wie. Grün. Rot. Orange. Lass uns orange machen. Pew, pew. Äh. Nein, 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 nicht die Rot. Nein, du Sackfalte. Oh, oh, oh. Arme Enterprise. Der ist immer noch fast tot. Wieso kann ich nicht sowas Geiles kombinieren? Ich kann immer nur die Lilanen kombinieren und ermögliche ihm dann irgendwie wieder voll den Gegenangriff. Das Blaue bringt mir nix und ihm schon, weil er hat diesen blauen Skill. Da hat er 8 von 9. Das möchte ich ihm ungern präsentieren, weil dann könnte ich down sein. Das heißt, ich werde eher, eher was anderes machen. Haben wir das Lieder, ne? Das ist neutral. Sack. Sack. Du Sack. Du Sack. Du Sack. Oh, come on. Gib mir einfach ein grünes. Auf Wiedersehen. Yes. Oh, knapper Kampf. Enterprise 1. Klingonen Schiff 0. Klingonen Vardsha bekommen. Diese abgefragte Game, die wir gerade gewonnen haben. Wo alles kaputt ist. Der Klingone wünscht sich ja noch viel Glück in unserem weiteren Lebensjahr. Enterprise. Die haben wir auch neuerdings. Cool. Okay. Wir waren erst auf Level 1. Und den Watcher. Den Klingonen. Wir werden mal kombinieren miteinander. Jetzt seht ihr, wie wir es verbessern können. Selbe Schiff bedeutet eine Verbesserung der Elite-Fähigkeiten. Und da können wir uns jetzt aussuchen, welche. Wird halt immer stärker, wenn ich jetzt den zweiten Skill verbessere, zum Beispiel. Dann kommt er aus dem nächsten Level. Man kann auch ganz gute Kombinationen machen. Also beispielsweise das untere hier. Stiehl 2 orangenfarbene. Gems würde dann bedeuten, es passt jetzt nicht so gut zu einer Taktik, wo man viele Orangene braucht. Da gibt es aber wieder andere Skills, die zum Beispiel auf Orangen etwas dazugeben. Und so kann man nette Kombinationen schaffen. Verwende zwei blaue Steine. Fügt dem Gegner Schaden von 12 zu. Stiehl orange in der Farbe. Lehmt der Gegner für einen Entzug. Und wenn der Gegner weniger als 15 Prozent hat. Wenn er Schaden von 15 hin zugefügt. Das wäre dafür ganz praktisch gewesen. Das gäbe er eigentlich in dem Fall. Hätte man ihm ein bisschen Damage machen können dadurch. Weil er auf jeden Fall unter 15 Prozent Lebenspunkte war. Und wir hätten ihn schneller down kriegen können. Dann machen wir das doch mal. Dabei verwenden wir das Schiff aber eh nicht. So. Dann schauen wir mal ganz kurz zurück auf den Hauptscreen. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilization. To boldly go where no man has gone before. To someone登u through before. Yeah, yeah. Tell me soon. To be continued. To 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 Vo Şey